Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Da machen wir mal direkt weiter mit dem neuen Apple iPhone 14 Pro Max und richten das Gerät zusammen ein. Wir durchlaufen den Einrichtungsprozess und vor allem richten wir es diesmal auf eine Art und Weise ein, was ich schon länger nicht mehr gemacht habe, zumindest vor laufender Kamera. Ich transferiere die Daten von meinem alten iPhone 13 Pro Max, damit kann man ja gar nicht mehr rumlaufen, direkt auf das 14er Pro Max. Ich habe in früheren Einrichtungsvideos sehr oft den Weg über iTunes oder über die iCloud gemacht oder die Dinger nackig eingerichtet, um zu sehen, wie viel verfügbaren Speicherplatz ich habe und was alles vorinstalliert ist. Das machen wir auch noch, aber jetzt bei dem goldenen 14 Pro Max, auf das ich mich stürze, werde ich eins zu eins die Daten vom 13er rüberziehen. Dazu, und ich habe eben beim Unboxing noch ein paar Sachen vergessen, das machen wir jetzt auch gleich, aber als allererstes schnappe ich mir das SIM-Karten-Tool, was der Box beiliegt, schnappe mir dann mein altes iPhone, da ist der SIM-Kartenschacht auf der linken Seite und ja, wir, andersrum, die außerhalb von den USA haben nach wie vor auch bei den 14er SIM-Schächte, wo man dann richtige physische Nano-SIM-Karten reinschieben kann. Dass das jetzt nur noch reine iSIM-Geräte sind, trifft auf die USA zu. So, die können diesen Teil jetzt hier, wo ich mir dann das SIM-Karten-Tool schnappe, auf der linken Seite reinpikse, dann nur einen SIM-Kartenschacht habe und dann die SIM-Karte reinmache mit der Ecke nach oben und dem Chip nach oben. So, wieder reindrücken. Das können die Amis nicht, die müssen rein mit dem iSIMs arbeiten. Auf der rechten Seite ist die An- und Aus-Taste, drücken, drücken, drücken. Das, was ich ja eben auch vergessen habe, als Rechtshänder komme ich, wie auch bei den vorherigen 12er und 13er, an An- und Aus und an Leiser, an Lauter und der Mute-Switch muss ich umgreifen. Als Linkshänder komme ich an Leiser und an Lauter, Mute-Switch kann ich auch knicken und ich muss mich sehr strecken oder sehr lange Zeigefinger haben, um an An- und Aus zu kommen. So, dann im ersten Schritt werde ich nach der Sprache gefragt. Ich bin ja gerade in Holland, wundert mich, dass das nicht direkt holländisch vorschlägt, aber, ach guck mal, deutsch direkt auch, hat er wahrscheinlich über die SIM-Karte gemerkt. Also, Deutschland passt auch einmal. So, dann Schnellstart. Genau. So, in diesem Fall, natürlich könnte ich vieles von Hand angeben, WLAN-Daten und ein paar andere Sachen, aber wenn ihr ein altes oder ein anderes IOS-Gerät in der Nähe habt, dann funktioniert in der Regel dieser Schnellstart. Dann müssten die sich finden, genau. Dann blendet der jetzt hier das neue iPhone ein, sagt die E-Mail-Adresse zur zugehörigen Apple-ID und fragt, sollen die sich jetzt direkt konfigurieren? So, jetzt wird die Kamera vom alten aktiviert. Das neue hat diesen blauen Punkteball. Darüber können die sich einmal identifizieren. Und jetzt sagt der mir hier, keine Internetverbindung. Warum? Ich bin doch gerade im WLAN. Ach nein, war ich nicht, habe ich eben ausgemacht. Ah! Wenn euch das jetzt hier passiert mit dem kein Internet, nicht verzagen. Ihr könnt trotzdem von oben runterwischen. Das WLAN dann aktivieren und jetzt hoffentlich, genau, da lockt er sich ein. Und jetzt merkt er hoffentlich, ich habe doch, doch Internet. Bitte, bitte fortfahren. Aber jetzt fortfahren ohne Internet müsste doch jetzt gar nicht sein. Na toll, der Vorführeffekt. Normalerweise hat man da das WLAN aktiviert. Der ist im WLAN und geht es einmal rüber. Auf dem neuen iPhone dann den PIN-Code vom alten eingeben. Bei mir war der jetzt vierstellig, kann aber natürlich auch sechsstellig gewesen sein. Und dann rödeln die jetzt einmal kurz. Haha! Und obwohl sie noch weiter rödeln, guckt mal hier. Das WLAN ist jetzt hier auch übertragen worden. Das heißt, da sind schon mal Daten da. Das heißt, der konnte sich jetzt auch ins WLAN einloggen und hatte dafür dann auch das Passwort direkt rüber. So, die Aktivierung des iPhones kann einige Minuten dauern. Please hold the line. Ihr iPhone ist uns sehr wichtig. Wobei, während wir das machen, noch zwei Punkte, die mir eben aufgefallen sind. Ich habe eine standardmäßig Gewohnheit beim USB-C-Kabel hier gesagt. USB-C auf USB-C, weil das immer der Fall bei den ganzen Android-Geräten ist. Ist es natürlich nicht, ich Nasenbär. Die neuen 14er haben alle nach wie vor auch noch Lightning. Nach wie vor einen lahmarschigen Übertragungsstandort und diesen, naja, Apple-einzigartigen Anschluss. Darf Apple das? Ja, weil ja viele gesagt haben, das dürfen die doch. Die EU hat doch gesagt, ja, Apple darf das, wenn ich richtig gerechnet habe, auch noch nächstes Jahr bei den 15ern machen. Bei den 16ern dürfte Apple das dann nicht mehr machen. Das ist das eine. So, und während du jetzt hier noch rödelt, ne, Pintgurt nochmal eingeben. Uh, Dynamic Island. Uh, da oben war das entsperrt. Tralala. Wie cool. Also, ich richte Face-ID ein. Bedeutet, mein Gesicht in die Kamera im Rahmen ausrichten. Uh, der nicht mehr kreisrund ist, sondern jetzt quadratig. Uh, uh, uh. Ach, jetzt wird er kreisrund. So, ich sitze ein bisschen blöd. Drehen wir uns mal. Ne, oben noch. Sehr gut. Erster Scan ist abgeschlossen. Äh, Face-ID mit Maske verwenden. Ja, bitte. So, Sekunde. Ich bin ja vorbereitet. So, Face-ID auch mit Maske benutzen. Machen wir das auch direkt. Face-ID mit Maske benutzen. Ähm, Rahmen ausrichten. Ja. Ne. Entferne deine... Wieso muss ich denn jetzt die Maske entfernen? Du hast doch gerade gesagt mit Maske. Gut, Maske runter. So, zweiter Scan ist abgeschlossen. Warum auch immer, weil er es jetzt nochmal mit Maske wollte. Aber okay. Setze deinen... Ach, guck mal. Jetzt hat er auch noch erkannt, dass ich eine Brille habe. Setze deine Brille für einen dritten Scan ab. Ah, es war mal so einfach. So, los. Brille. Wieder Kopf drehen ohne Brille. Natürlich steht da jetzt irgendwas auf dem Display, was ich auf die Entfernung 0 lesen kann. Face-ID ist jetzt konfiguriert. Sehr schön. Ach, guck mal, wie das da oben immer jetzt in... Wie heißt das? Nicht Tropical Island, Magical Island verschwindet. Naja. Jetzt die Frage. Wie möchte ich denn jetzt von meinem alten Gerät auf das neue Gerät die Daten übertragen? Normalerweise sage ich ja immer iCloud. Oder wir machen es per i... Ach ja, weitere Optionen. Da haben wir den Rest vom Schützenfest versteckt. iCloud einmal alles online hochladen zu Apple oder über iTunes. Bedeutet bei euch offline auf dem Rechner. Oder, so, AGB akzeptieren. Genau. Musste ich erstmal motzen. Nach einer gefühlten Ewigkeit kommen jetzt hier die ganzen Optionen. iCloud warten wir eben. Mac OPC wiederherstellen. Also übers iTunes. Also offline am Rechner. Von dem iPhone übertragen. Das ist das, was wir jetzt machen. Daten von dem Android-Gerät übertragen. Oder nichts übertragen. Das sind eure Optionen. Ich sage jetzt vom iPhone übertragen. Und wieder nach einer Ewigkeit werde ich jetzt... Dies wird ein neues iPhone. Apps und Daten vom iPhone übertragen. Den Punkt haben wir eben geklärt. Jetzt habe ich noch die Möglichkeit Einstellungen. Was ist da mit Siri? Anzeigen, Zoom, Ordnungsdienste, Bildschirmzeiten, Erscheinungsbild. Und, und, und. Kann ich noch anpassen, wenn ich da was, weiß ich, Siri deaktivieren möchte oder sowas. Aber ich will ja im Endeffekt das Ding so nutzen mit allem Drum und Dran. Genau wie das. Besorgtet, ich lasse es. Sag fortfahren. Wird gefragt, ob ich direkt Apple Pay einrichten würde. Ja, würde ich gerne. Aber dann kriege ich wieder Benachrichtigungen hinher, hinher. Deswegen mache ich das lieber später. Sag dann einfach später in Wallet einrichten. Wenn ich sozusagen mein ganzes wichtiges Zeug schon mal drüben habe, wo ich dann weiß, die E-Mails funktionieren, die Messenger-Dienste funktionieren, Fotos sind noch alle da und, 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 und. Dann mache ich mich ins nächste Schritt dazu, auf Apple Pay einzurichten. Und vor allem, man muss trotz, obwohl ja vieles übertragen wird, hin und wieder muss ich bei einigen Apps nochmal Passworte eingeben. Und vor allem auch bei den ganzen Zwei-Faktor-Authentifizierungsdiensten. Gerade beim Banking. Ne, das ist manchmal ein bisschen umständlich, bis man dann neues Gerät dafür authentifiziert hat, freigegeben hat, um sozusagen die Freigaben für eure Transaktionen oder Depot-Einblicke oder was auch immer zu machen. Dann die Frage, iPhone-Analysen mit Apple teilen, ja oder nein, kann man ja sagen, selber klären. So, für Notruf-SMS, gedrückt halten, gedrückt halten, Unfallerkennung ist ja eins von den neuen Features bei allen 14ern. Ab Herbst 2022, Notruf-SOS via Satellit, für ausgewählte Länder verfügbar. Das bedeutet, Stand jetzt, USA und Kanada. So, jetzt werden die Daten übertragen. Gerät zu deinem Account hinzufügen, ja okay. Und jetzt lässt man die beiden Teile einfach rödeln, rödeln, rödeln. Einfach liegen lassen, in Ruhe lassen, je nachdem nochmal, vielleicht nochmal an den Strom hängen, je nachdem wie voll sie sind. Und einfach, ne, kuschelt ihr beiden mal. Habt Spaß. So, das hat jetzt sehr lange gedauert. Ich bin auch selber schuld, denn ich habe das 13er sozusagen nicht ausgemistet, sondern wirklich ein zugepacktes Gerät einfach rübergeschoben. Übertragung ist beendet beim neuen Gerät. Jetzt sehen wir jetzt unten, Konfiguration abschließen. Wir entsperren es mal einfach mal. So, die ganzen Hinweise, Teilendaten und, 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 und. Ja, verwenden. Okay. Konfiguration abschließen. Da fehlt jetzt immer noch Apple Pay. Also daran werde ich jetzt auch noch erinnert. Kann ich ja nach wie vor auch noch machen. So, auf dem alten iPhone ist jetzt alles fertig. Da könnte ich jetzt, würde ich jetzt einfach sagen, ab in Flugzeugmodus. Auch keine Verbindung mehr. Vielleicht direkt ausschalten, je nachdem. Noch nicht platt machen. Viele gehen dann hin. Apple schlägt das ja auch an der Stelle immer selber vor. Noch, ob man noch das Gerät jetzt für den Verkauf platt machen möchte. Oder wenn man es ans nächste Familienmitglied weitergibt. Ich würde da noch warten. Erst gucken, ob das neue funktioniert. Vor allem die ganzen Banking-Apps. Alles, was wir mit Zwei-Faktor-Authentifizierung haben. Da kann es dann oft noch sein, dass daran ans alte Gerät noch die Benachrichtigungen kommen. Oder die Passwörter, Pins, was auch immer. Bis man das neue dann eingerichtet hat. Und ansonsten können wir ja kurz noch rumgucken. Ich meine, Apps sind jetzt alles da. War ja auch viel. Einige Apps werden noch nachinstalliert. Und was ich eingangs noch erwähnte, man hat es oft. Passwörter. Nicht alles wird übernommen. Meine Hauptnummer wäre jetzt erstmal zu gucken, sind die ganzen E-Mails da. Kriege ich neue E-Mails rein? Kann ich E-Mails versenden? Muss ich da nochmal was machen? Das gleiche dann für die Kommunikationssachen. Sei es WhatsApp. Da gucken, ob der Verlauf da ist. Ja, gut. Da ist alles noch gespeichert. Sehr schön. Bei den Fotos kann ich ja auch mal ganz kurz reingucken. Genau. Da sind auch noch alle direkt rübergezogen worden. Alles, was ich heute dann vom Apple Store auch fotografiert habe. Und jetzt freue ich mich mal zum allerersten Mal. Das habe ich nämlich im App Store jetzt nicht gemacht. Das Always-On-Display. Ja, gut. Gut. Also. So im eingeschalteten Zustand kein Vergleich zum Vorgänger. Das muss man sich jetzt nicht geben. Der Hauptunterschied einer von, ich tippe mal, wenn wir die Farbe noch reinnehmen bei uns in Europa. Vier Gründen für ein neues 14er im Vergleich zum Vorgänger. Ist dieses Always-On-Display. Ist die wahrscheinlich größere Akkulaufzeit, wenn man den Ami-Testern glauben darf. Ist die überwiegend, nicht immer, überwiegend bessere neue Hauptkamera. Und wäre dann im Spezialfall noch diese neue Deep Purple Dunkellilane Farbe. Alles andere mit dem neuen Prozessor. Ja, mit einem Jahr engere Updates. Ja, aber ob man da wirklich jetzt so was von merkt. Und ich habe ja eingangs erwähnt, ich glaube noch nicht, dass wir da große Unterschiede bei der Länge der Updates sehen werden. Zwischen 14ern und 15ern. Ach, und jetzt guckt mal. Jetzt, oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Die Notch erweitert sich noch. Oder es ist ja nicht in dem Sinne mehr eine Notch. Es ist ja, früher hießen die Dinger mal nicht, die Punch-Holdinger-Funktion. Jetzt erweitert die sich auch noch nur, um das Entsperr-Symbol zu zeigen. Oh Gott. Na, mal gucken, ob man diese Funktion dann wirklich braucht. Viele Funktionen, die wir hier drauf haben. Beziehungsweise viele Apps, viele Widgets. Die müssen, werden ja noch erst angepasst. Viel Unterstützung kommt erst mit dem 16.1er-Update. Ich glaube, da war dann auch die Live-Tracking-Funktion da oben dann noch und andere Sachen. Ich freue mich jetzt natürlich gerade, wo ich jetzt hier noch ein paar Tage noch im sonnigen Holland bin, gerade am Strand. Was ist mit dem neuen oder eigentlich mit dem helleren Display? Das sind ja so Sachen, das Always-On-Display sagt der eine oder so oder so. Aber draußen. Apple sagt ja, was von 1600 nits bei HDR in der Halten. Bin ich ja nicht so ein Freund von. Dann guckt man sich einen ganzen Film an und irgendwo ist ein weißes Fleckchen in der Sonne. Und das wird dann mit 1600 nits und der Rest halt nicht. Aber Peak-Brightness, maximale Helligkeit sollen ja 2000 nits sein. Bin ich sehr gespannt. Als jemand, der jetzt gerade diesen Wechsel hat vom 13er. Deswegen bin ich ja auch so scharf darauf, direkt mit dem 14er Pro Max loszulegen. Weil ich jetzt vom 13er Pro Max komme, direkt den Wechsel zu haben. Um dann gerade mit dieser maximalen Display-Helligkeit in der prallen Sonne das einordnen zu können. Ansonsten starten wir doch mal mit einer Kamera. So. Und da. Alles wie gewohnt. Nein, nicht alles wie gewohnt. Ganz Gallien wurde erobert. Nein, nicht ganz Gallien. Sondern, guckt mal hier. Wir nehmen mal die Fotonummer. Früher 13er. Wir haben Einfach-Zoom, Dreifach-Zoom. Und jetzt beim 14er haben wir natürlich nach wie vor Dreifach-Optisch. Aber auch den Zweifach-Zoom. Wo Apple ja hingeht und sagt, wir machen ein 48 Megapixel-Foto mit der Hauptkamera. Und dann zoomen wir einfach in die 12 Megapixel. Oder nehmen halt einfach nur die 12 inneren. Ja, da wird sich jetzt gerade diskutiert und gekloppt, ob das jetzt ein optischer Zoom ist. Ob das ein digitaler Zoom ist. Was für ein Zoom es ist. Die einen sagen so, die anderen mal so. So, okay. Aber das war jetzt schon mal der Digitale. So, was sag ich jetzt? Ich sag's auch digital, weil ich es halt so gewohnt bin. Gucken wir mal. Also, machen wir erstmal drei Fotos normal. Dann reinzoomen, reinzoomen. Mit der normalen. Ah, was man auch sieht. Zwischen Dreifach- und Vierfach. Zwischen Zweifach- und Dreifach ist gar nicht so der mega krasse Unterschied. Und unser Wettwinkel-Zoom noch. So, wenn wir dann hier mal so reingucken. Zwischen dem Dreifachen und dem Zweifachen. Sieht noch trotzdem schick aus. Ich gucke mir das natürlich in Ruhe an. Und ich glaube ja auch, Apple wird so eine Funktion nicht machen, wenn es nicht gescheit ist. Wobei, wenn man da jetzt von dem einen oder anderen auch schon mal bei den Portraits was hört mit dem neuen Nummer. Gucken wir mal, gucken wir mal. So, was haben wir denn hier noch an Fotoeinstellmöglichkeiten? Wir haben Zeitauslöser-Berlichtung und, 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 und. Wie war das denn hier mit dem anderen Format? Muss ich das jetzt etwa wieder über die Einstellung machen? Sekunde. Wir gucken einmal mal fix rum. Einstellung, Kamera, da haben wir unsere Formate. Maximale Kompatibilität, H.264-Codec, High-Efficiency, der neue H.265er. Da haben wir das nur mal für Apple Pro Raw, sehr schön. Und Apple Pro Res, aber Pro Res war ja mit Minimum 256. So, pro Raw werden natürlich die Fotos sehr... Oh, da kann ich es sogar noch machen. Guckt euch das an. In der vollen 48 Megapixel Auflösung. 75 Megabyte pro Foto. So, probieren wir auch direkt mal aus. So, Foto. Raw ist deaktiviert. Raw ist aktiviert. Jetzt interessiert mich die Speicherzeit. Ah, guckt mal. Oh, eins, zwei. Na, gute Zeit. Ich sage mal, zwei Sekunden dauert es, bis dann die Pro Raw Bilder in 48 gespeichert sind. Oh, und das reinzoomen war jetzt aber auch noch nicht ganz fluffig. Zumindest beim ersten Bild. Gucken wir mal hier beim zweiten. Ja, beim ersten Zoom, da ruckelt der aber noch. Ja, 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 ja. Gut, das sind jetzt auch nur mit diesen krassen Datennummern wird es natürlich auch interessant. Aber muss ich auch sagen, dass Apple da nicht mit dem A16er dann doch nochmal flüssiger hinhaut. Naja, wir haben nach wie vor 4K 60 als Maximum. Nichts mit 8K. Wenn wir in den Kinos-Modus wechseln, da freut sich der ein oder andere, weil wir jetzt auch bei der Auflösung 4K und 24 Frames haben. Also richtig, hat mich auch immer gewundert, warum es Kino-Modus ist, aber dann nicht 24 Frames unterstützt. Apple ist ja nach wie vor ein großer Verfechter, der stand nach 30er. Ja, sehr schön. Jetzt haben wir Cinema-Modus 24 und 30. Oder ich glaube, wenn man in HD wechselt, gibt es dann auch noch den. Ne, gibt es gar nicht. Gibt es nur HD, nur in 30. Gut, was der alles taucht, finden wir auch noch raus. Und wie dann die krassere Bildstabilisierung Action-Modus-mäßig und, 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 und noch laufen soll. Ähm, ja, gut, bei den Kameras erwarte ich nicht wirklich viel. Ja, doch, anders, bei den anderen Kameras erwarte ich nicht wirklich viel. Hauptsache, die Hauptkamera, die zeigt da die deutlichen Verbesserungen. Lautsprecher, naja, gucken wir mal, dürften ja auch nach wie vor die gleichen sein. Es läuft wirklich darauf hinaus. Es wird die Kamera sein, es wird die Akkulaufzeit sein, die man im Alltag vielleicht nochmal zusätzlich merkt. Es wird das Always-On-Display sein und ob jetzt hier Tropical, Magical, was auch immer, Island, da so einen krasseren Nutzen bringt. Ja, und vieles, gerade auch im Always-On-Display, kommt ja dann noch über die, über einige Apps. Warten wir mal die ganze Nummer ab. Eine Sache, die ich doch jetzt beim Unboxing immer noch vergessen hatte, die mich immer noch gefuchst hat, war, dass wir ja auch nach wie vor nicht mehr wirklich eine Quick-Start-Einleitung haben. Bei meinem holländischen iPhone liegen natürlich auch wieder tausende Sprachen bei, aber nichts mit Quick-Start-Guides, sondern wir haben dann auch wieder auf Deutsch nur den Zettel, so nach dem Motto, lies das Handbuch, das Benutzerhandbuch auf deinem iPhone oder online bei Apple. Das war's. Wir kriegen noch nicht mal mehr ein Diagramm, wo die Tasten sind. Ja, wir haben den Aufkleber, aber naja, gut. Ich stürze mich jetzt ins Abenteuer. Ich empfehle jedem, wenn man sowas macht, einmal alles starten. Check die Mails, ob sie reinkommen und rausgehen. Einen Anruf machen und guckt, ob das funktioniert. Guckt, ob eure ganzen Chats gespeichert sind, ob Nachrichten transferiert worden sind. Geht die Apps einmal durch, ob ihr euch nochmal von Hand einloggen müsst mit Passwörtern, wundert euch nicht. Und dann stürzt euch ins große Abenteuer die Banking-Apps. Banking-Apps plus die Authentifizierungsnummern. Das kann oft immer spaßig sein. Und wer Apple Pay noch nicht direkt beim Bezahlen oder beim Einrichten eingerichtet hat und dann steht dann da und hat es noch nicht eingerichtet und will damit bezahlen, habe ich alles schon erlebt, ist mir auch passagiert. Deswegen stürze ich mich jetzt noch drauf, richte nochmal die Karten bei Apple Pay ein und gehe dann einmal alle Apps durch. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.